Warum sollte das nicht sein? Ey, da steht einer. Guck mal, der guckt mich einfach an. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von ToWoof. Mein Name ist ThunderP und wie angekündigt, heute mal wieder ein Patch. Jawohl. Haben wir doch alle drauf gewartet oder eben nicht? Doch haben wir. Und zwar ein Extra Live Edition Patch. Wie ich hier angekündigt habe, gibt es jetzt dieses neue Pack mit den Extra Live Sachen. Ich hatte es ja in der letzten Folge erwähnt, was da genau alles drin ist. Jetzt könnte ich theoretisch alles noch ein bisschen besser zeigen, aber das mache ich dann am Mittwoch. Wenn ich noch die Gems zeige, dann zeige ich euch auch alles, was in dem Paket drin ist. Doof ist halt, wenn ich jetzt zeige, ihr seht es noch nicht, weil ich noch nicht genau alles zeigen kann. Einfach, ne? Wir werden uns das dann am Mittwoch angucken. Wenn ich dann das Paket... Ja, ich weiß, das hört sich komisch an, aber ich habe es dann erworben. Ja, werde ich auf jeden Fall erwerben. Und dann werden wir... Oh, das ist der Endjeeschnor. Äh, und dann werden wir uns das genau angucken. Einfach Friesen. So, aber es gibt noch andere Sachen, die wichtig sind. Nicht nur das Pack. Es gibt noch ein weiteres Pack, was ihr sogar über Steam kaufen könnt. Das ist natürlich immer gut. Steam Money ist viel besser als In-Game Trove Money. Trove. Und zwar das Mantle of Power Head Start Pack. Wow. Viele Wörter. Wahrscheinlich unverständlich für den meisten. Übersetzt heißt es einfach nur, dass ihr damit vorher anfangen dürft. Und zwar ganze sieben Tage. Hatte ich ja auch erwähnt, dass es so eine Art Early Access ist. Am 19. kommt da kommt Mantle of Power raus. Ich werde einfach mal hier unten hingehen. Dann brauche ich mich nicht so hier viel bewegen und anstrengen. Am 19. kommt es raus, aber nur für diejenigen, die dieses Pack gekauft haben. Soweit ich aber weiß, wird es drei Pakete geben. Das stand jetzt noch nicht genau da, aber das hatten die im Live-Team eigentlich erwähnt, dass sie das so machen wollten. Eins für 20, eins für 50, eins für 100. Egal welches man nimmt. Man hat, man kriegt natürlich viel Zeug daraus. Was genau, sehen wir auch dann demnächst. Aber viel wichtiger ist, dass man dann, egal welches man hat, man ist dann für diesen verfrühten Start bereit. Man kann dann am 19. schon anfangen, die neue Welt zu erkunden. Für alle anderen, eine Woche darauf. So, einfach hier hingehen. So, das wird auch verfügbar sein. Was ich cool finde, dass es auch über Steam kaufbar ist. Denn, das bedeutet, und nicht nur das, sondern wichtiger ist noch, es ist auch reduziert. Denn dieses Paket wird es weiterhin geben, nach dem Mantle of Power Patch. Denn das enthält Gems und so ein Zeug, was man alles für Gems brauchen kann. Äh. Oh. Genau. Äh. Haben wir noch was? Mach ich überhaupt? Ja, ich mach echt mal heute wieder eine Challenge vorbei. Ich hab, glaub ich, noch keine bis zum Ende durchgemacht heute. Immer nur jeden Tag bis 40. Also bis zu 40er. Egal. Lohnt sich natürlich für diejenigen, die verfrüht starten wollen, strich, strich müssen. Ich muss einfach. Es geht nicht anders. Ihr wollt ja sicherlich die Informationen aus erster Quelle haben. Und nicht einfach nur so, dass ich dann sag, ja, ich hab das schon mal gesehen bei jemandem. Könnt ihr euch angucken bei ihm hier? Ich hab nicht gedacht, dass der so stark geht. Dann hätte ich den gar nicht gefreest. Voll umsonst theoretisch. So, gehen wir einfach hier oben drauf. Kein Bock da unten rein zu gehen. Da ist ein Gegner, das ist scheiße. So. Macht auf jeden Fall Sinn. Darüber, über die Packs werden wir nochmal Mittwoch reden. Viel wichtiger ist jetzt Chaoskisten. Die enthalten ein neues Mount. Und zwar ein weiteres Äh, Manta Way Mount. Ein Saltwater Taffy Way. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Ich hab's leider auch nicht im Forum gefunden. Es wurde von Fright Sushi gebaut. Mal wieder. Vielleicht kennt ihr diese Person. Denn viele Mounts sind von ihr. Oder ihm. Ich bin mir nicht sicher. Sushi hörte sich jetzt weiblich an, sorry. Ob das jetzt ein Er oder Sie ist. Ich habe darauf nicht geachtet. Ich hab ja auch noch nicht Real Life gesehen. Du weißt schon, was ich mein. Aber viel lustiger ist diese Woche. Das muss ich nämlich jetzt sagen. Kommen neue PvP Arenen rein. So, ich bin jetzt fertig. Tada. So, ich geh nur runter. Kann jetzt in Ruhe weiterreden. Denn ich bin fertig. So. Äh, neue PvP Arenen. Komplette neue Rotation. Inklusive, was natürlich richtig cool ist, zwei unserer Maps. Ihr könnt unsere beiden Maps hier betrachten. Ihr geht durchs rote Portal. Seid dann hier unten und könnt dann die beiden Maps betrachten. Die beiden Maps sind jetzt in der offiziellen Rotation mit drin. Also an dieser Stelle ein Glückwunsch an Voyage und Patoi, die diese Maps gebaut haben und die reingekommen sind. Schade nur, dass Patoi nicht mehr spielt. Also zumindest habe ich ihn schon lang nicht mehr gesehen. Nichtsdestotrotz kommen die beiden rein und wir können die mit ich bin mir nicht mehr sicher, mal kurz nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn anderen Maps. Also insgesamt zwölf neue Maps sind da drin. Unsere zwei plus zehn andere Maps werden also in dieser Rotation reinkommen. Das ist natürlich für uns schon eine kleine Ehre, oder? Vor allem, weil jetzt, das ist nämlich ziemlich lustig, dass Tanel P in den Patchnotizen steht. Endlich wissen die Leute mal, was gut ist. Egoistisch? Ja, egal. Auf jeden Fall gleichzeitig mit den neuen Battle Arena oder Battle Arena voll das lustige Wort mit den neuen Battle Arena kommt eine Woche lang Double XP. Wow, sieht das hier aus wie auf dem Schlachtfeld. Double PvP XP. Nicht irgendeine XP, sondern PvP XP. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr doppelte Erfahrungspunkte. Das, was jetzt standardmäßig, das kann ich mal kurz zeigen, sonntags ist, ne, für Patron-Spieler, kommt jetzt die ganze Woche über. Und das wiederum bedeutet, ha, 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 wer diese Woche PvP macht, kriegt am Sonntag vielleicht sogar 200, also noch doppelt so viel. Boah, das wäre echt heftig. Aber für die Leute, die noch nicht hier am Ende sind, übrigens Warplane wurde auch von Fights Sushi gemacht, nur damit ihr einmal gehört habt, glaube ich zumindest. Lass uns mal nachgucken. Ich kann ja nicht alles wissen, steht nicht dabei, aber ich könnte schwören, das war ein Mount, was ich schon mal im Forum vorher gesehen hatte. Naja, auf jeden Fall ist es natürlich lustig für diejenigen, die bis jetzt PvP gemacht haben, jetzt geht es richtig los. Diese Woche kann man relativ leicht 50 werden, nutzt das aus, innerhalb der Woche ein bisschen und spätestens Sonntag müsst ihr richtig durchpowern, wenn das wirklich miteinander ne, stackt. Aber was ja normalerweise auch immer stackt, alles, ne, die ganzen Belohnungen haben schon immer gestackt, warum sollte das nicht sein? Ey, da steht einer. Guck mal, der guckt mich einfach an. Ich bin ein Maulwurf. Ich bin ein Maulwurf. Er beobachtet mich. Ich gucke zurück. Was passiert? Will er mich fressen? Eingraben? Töten? Naja, auf jeden Fall, ne, wie gesagt, spätestens Sonntag richtig Action machen. Einfach nur, weil jetzt kann man das nachholen. Ich weiß, es gibt keine Mastery-Punkte. Ich mache es auch wirklich nur, ich will euch irgendwann und nein, ich bin rot. Er hat mich geliebt. Das ist sehr nett von ihm. Mitten in der Folge, das ist natürlich geil. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Ich mache das auch eigentlich nur, damit, wenn ich hier durchgucke, ne, irgendwie so, oh, da habt ihr gesehen, eins war nicht da. Aber das, wenn ich hier so durchklicke, einfach alles da ist. Das wäre traurig, wenn ich jetzt eins finden würde, was, was ich nicht habe. Und das mitten in der Folge, dann würde ich jetzt ausrasten. Ich meine, ich weiß, äh, Ganda, ist klar, ansonsten, alles. Wisst ihr, und das will ich natürlich auch hier haben. Denn das fehlt einfach noch, auch wenn ich es wahrscheinlich dann nicht benutze, beziehungsweise mal kurzzeitig benutze, oder es gibt keine Maßstabpunkte, ist unwichtig. Man will es einfach nur noch haben. Man hat ja sonst keine Ziele. Das müssen wir natürlich trotzdem machen. Und vielleicht wollt ihr das auch haben. Dann, diese Woche lohnt sich. Ich könnte euch einfach mal sagen, standardmäßig braucht man so ungefähr 900 Games. Wenn man jetzt doppelte Erfahrungspunkte bekommt, bräuchte man ungefähr 450 Games, an einem Sonntag, standardmäßig, wo man die doppelte Erfahrungspunkte bekommt. Jetzt, mit dem jetzigen Patch, kann man ja an jedem Tag doppelte Erfahrungspunkte bekommen. Und nochmal 100% mehr am Sonntag, was ja dreimal so viel wäre. Also könnt ihr euch ausrechnen, es ist einfach da 900 durch 3, sind 300 Games. In 300 Games habt ihr das fertig. Ist natürlich an einem Tag, bäh. Aber ihr könnt natürlich einfach sagen, ihr macht jetzt ein Game am Sonntag, dann kriegt ihr sozusagen drei gutgeschrieben auf einmal. Aber ihr müsst gewinnen. Das ist halt das, was die Sache schwerer macht. Denn wenn ihr 900 Games spielen müsst, standardmäßig, selbst sonntags, muss man 900 Games spielen, wenn man verkackt. Na? Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, ist egal. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten. Für die Leute, die sich vielleicht wundern, wenn die online kommen und ihr Mastery-Rang oder ihre Mastery-Punkte, die hier stehen, beispielsweise, oh mein Gott, ich wurde überholt. Nein. Ich bin nicht mehr auf Platz 20, sondern 21. Ich muss unbedingt Mastery-Punkte holen. Ehrlich jetzt. Ganz ehrlich. Das ist nicht geil. Echt nicht geil. Auf jeden Fall, wenn ihr hier das guckt, und ihr guckt morgen, ich bin auch gespannt, dann seht ihr vielleicht, dass sich das geändert hat. Dann liegt das daran, dass sie einen Bug gemacht haben, dass einige Leute mehr haben, als sie überhaupt möglich sind, weil einige Kollektionen noch drin sind, die es gar nicht mehr gibt, die aber irgendwann mehr erreichbar waren, und die sind weg, und dann kriegt man das trotzdem noch. Ich bin gespannt, was oder wie viel. Wenn bei mir nichts weggeht, kann ich euch auch nicht sagen, was war. Wenn bei mir was weggeht, hoffe ich, dass ich es rausfinde. Ich weiß es trotzdem vielleicht nicht. Ansonsten nichts Wichtiges, das war der Patch. Chaoskissen mit dem neuen Mantaware habe ich ja gesagt. Achso, genau. Doppelte Erfahrungspunkte innerhalb der Woche, Sonntag wahrscheinlich dreimal, und man braucht weniger Zeit, Battleboxen zu bekommen. Man kann also diese Woche, werde ich auch endlich einmal schaffen, alle Battleboxen zu holen. Könnte ich mir vorstellen, bin ich mir aber nicht so sicher. Das X-Tour-Live-Pack, hatte ich ja gestern schon erwähnt, hat mehrere Mounts, mehrere Drachen. Gucken wir uns am Mittwoch an. Das war's, neue Battle-Arenen, hatte ich schon. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen, wenn ich die Gems, also die 14 Gems vorstelle und das X-Tour-Live-Pack, mindestens das. Mal schauen, was wir noch so hinbekommen. Morgen auf jeden Fall werde ich wieder fischen. Das kann ich kurz einmal erwähnen, denn die meisten fiebern hoffentlich mit. Ich bin bei 1200, äh, nein, ich bin bei 12.318 und man braucht 15.000. Übersetzt, mit weniger als 2007, 100 Fischen. Bin ich fertig? Endlich! Boah, ich muss sagen, als Belohnung dafür, dass ich so viel gefischt habe, werde ich im nächsten Live-Steam ganze Sets an Fishing, Fische verschenken. Donnerstag also, falls ihr selber keinen Bock habt zu fischen oder einfach nur Geld machen wollt, weil ihr kriegt ja immerhin diese Glimm, also Glimm und diese Soul, ach, Souls nicht, Ancient Scales raus. auf jeden Fall werde ich dann ein Set Wasser, ein Set Lava, ein Set Chocolate und ein Set Uncharted verschenken und wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen noch ein paar Mal, weil ich habe, glaube ich, jeden Fisch mindestens vier Mal, jeden Wear-Fisch mindestens vier Mal, wird also immer mal wieder kommen. So, das war's, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Crew. Ciao.